Silly ist endlich von ihrem Auslandssemester wieder da. Sie hat zwei Auslandssemester gemacht und wir gehen jetzt aus Heinerfest und mir ist eben bei der Fahrt mit Maikäfer in die Fresse geflogen. Ekelhaft, deshalb sollte man ein Visier haben, wenn man da fährt. Silly's Bahn kommt. Mal gucken, ob sie mich direkt sieht oder ich sie direkt sehe. Die sieht mich nicht, blöd Mann. So, Lea! Wo läufst du hin? Hi! Du, Mutter, dein Scheiß, komm! Wir wollten uns doch an der Post treffen. Wo läuft die hin? Ach, sie ist auch so verpeilt. So, hä, wo läuft die hin? Ich war so spät. Oh, heute bist du in Ruahisch. Yes! Ich war so spät, drei Stunden. Ach, mit seiner Feste. Sag mal, wo laufen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Ey, lass mal. Lass mal, äh, Wildwasserbahn oder so fahren. Äh, ich hab so einen Wasserschutz für die Kamera. Ich fange doch an. Ja, okay, ich mach mal kurz aus, ja? Wir sehen. Silly hat ein neues Handy. Das hat eine mega gute Qualität. Samsung S6. Das ist doch ein bisschen. Okay, jetzt hast du da aufgehört. Oh. Oh. Ja, du gehst mir auf. Du sollst, wo der kommt. Aber wir müssen auch das im Hintergrund haben. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ich hörte an, als du ein Haus einstürzt. Oh, die hat Angst, ich bin doch da, ich habe keine Angst. Oh, die quatschen für uns, weißt du, wie heißt die? Nur für uns. Habt ihr das gehört, die Sili sagt, nimm mal die Bullen auf, die sind voll hübsch. Ne, der eine ist voll hübsch. Was willst du denn essen? Weißt du schon, was du dir bestellst? Was willst du essen? Haben die jetzt alles. Pastella! Was hast du genommen? Na, was sitzt aus? Du darfst dreimal raten. Vollmilch? Banane! Banane! Und? Wie lang? Kannst du das ausmachen? Kannst du das Essen besorgen? Wie viel Zentimeter Sili? Hallo, reinbeißen! Nein, reinbeißen! Komm, mach schon! Weißt du es? Nee, ich darf es nicht. Laktoseintolerant. Mhhh! Und? Zeig mal. Sieht gut aus. Sili und ich haben uns was zu essen geholt. Sili! Stopp! Zeig mal. Ja. Hier. Das sind ähm... Das ist eine Kartoffel, die so ähm... Tornado heißt es. Das ist eine Kartoffel, die so... Wie heißt denn das, Mann? Keine Ahnung. Kartoffel-Tornado heißt es. Wir essen ein Kartoffel-Tornado. Da konnte man Chili dazu bestellen, Barbecue-Soße. Wir haben einfach nur Pommes-Salz. Ich beiß noch nicht rein, weil das voll heiß ist. Nee, ist nicht mehr heiß. Ja, ja. Dann bin ich das wohl, die da hier so heiß ist. Ah, die hat gar nichts gerüstet. Voll der Schengel-Klopper, ey. Ich hab's auch nicht gut gesehen. Tschau. Tschaui. Tschüss, Lili. Mal fahren wir uns nochmal, ja? Ja, dann gehen wir ins Schwimmbad, ja? Ja, ins Schwimmbad machen wir. Auf. Ja, ins Schwimmbad machen wir. Ja, ins Schwimmbad machen wir uns schnellen. Ja, ins Schwimmbad machen wir uns noch. Ja, ins Schwimmbad machen wir uns noch. Ich mach's nicht. Ja. Ja.